Ja, hallo meine Lieben, eine weitere Folge von Hasis kleiner Heldenkunde und heute stehen am Programm Grasul, ein Fünfsternheld und Melendor, sicher bekannt, weil von Anfang an quasi im Spiel ein Viersternheiler. Und wir wollen uns anschauen, wie nützlich oder brauchbar sie zum Zeitpunkt des Videos noch im Spiel sind, wie gut man sie noch verwenden kann. Dazu, hopps, gucken wir mal rein. Ich habe die schon wo eingestellt. Ja, als erstes vielleicht sehen wir uns den Melendor an. Melendor gibt es jetzt inzwischen mehrere Kostüme, unter anderem auch einen Ton. So, die Basisversion von Melendor ist ein Druider, das heißt er kann so diesen kleinen Minion herbeirufen, mit einer gewissen Chance, der ihm etwas Schutz gibt. Von der Familie ist eine klassische Familie, das heißt die Bohne, die eigentlich recht cool sind, gibt es leider erst ab zwei Helden. Was kann man sonst dazu ihm sagen? Ich finde ihn, vorab schon gesehen, auch für die jetzige Zeit noch immer ausgesprochen nützlich. Und ich verwende ihn auch in Gildenkriegen und bei Überfällen. Bei Titanen sehe ich jetzt nicht unbedingt einen Platz für ihn, außer man braucht dringend einen Heiler fürs Team. Er hat mittlere Geschwindigkeit. Von den Werten her, mit den Kostümen natürlich dazu, ist er für einen Viersternhelden nur durchaus okay. Natürlich werde ich jetzt den neuen Viersternhelden unterlegen, das ist klar, aber durch die Thun-Version, dann kann er auch einiges abfangen. Hier in der Basisversion hält er 42%, das ist gut. Und warum ich ihn heute noch so gerne nutze auch, er entfernt Bohne von allen Gegnern. Die anderen Versionen gucken wir uns auch kurz an. Ich wollte ihn nicht wegdrücken, sorry. Und das schon gar nicht. Es ist immer schön, wenn du nicht aufs freie Feld hopst. Gucken wir mal, ich glaube den Ion hatten wir da mit. Ja. So. Melendor. Ach ja, ich hasse es am Handy, ehrlich gesagt. Hier ist eine Kostüm-Version, da ist er dann Zauberer, er heilt hier über Runden, die Werte sind ein bisschen ähnlich, entfernt ebenfalls Bohne von allen Gegnern und ergibt allen Verbündeten plus 50% Angriff für 3 Züge. Eigentlich nette Sache, ist nämlich ganz schön guter Damage-Boost, aber ich verwende ihn in dieser Form quasi nicht, weil ich mag Helden, die über Runden heilen, nicht sonderlich gerne. Ja, es sind zwar dann so ungefähr 200 Leben pro Runde, aber bei den heutigen Gegnern, wo der gleich mal so 1000 oder mehr Schaden reinkommt, sind halt die 200 Heilung pro Runde nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das war das erste Kostüm, wo er ein bisschen so an Gandalf erinnert, da ist er von der Klasse Magier, hatte dann die Möglichkeit, eine 50% Chance, 15% zusätzlichen Schaden zu verursachen, ist für ihn relativ wertlos, er entfernt ebenfalls die Bohne vom Ziel, auch diese Version verwende ich quasi gar nicht, weil es ist wieder dasselbe, wir heilen über Runden, diesmal geben wir unseren Verbündeten hier nicht Angriff, sondern Verteidigung. Die Version, die ich verwende, ist die als Thun, weil er als Thun ebenfalls 45%, also so ziemlich ähnlich wie die anderen drei Versionen, alle Verbündeten hält, also wie die Basisversion, aber halt auf einmal, er gibt allen Verbündeten 34% Verteidigung, ist auch ganz gut, kann man brauchen, und er entfernt wieder Bohne von allen Gegnern, und das ist der Grund, warum ich ihn mitnehme. Es ist klasse, wenn wir unsere Helden heilen und gleichzeitig noch Bohne von den Gegnern entfernen können, und als Passiv kommt dazu, dass er auch doch dadurch, dass er hier ein Thun ist, relativ robust ist, weil er den meisten negativen Statusänderungen widersteht, 75% ist angegeben, auf der eigenen Seite sind es gefühlt meistens nur 50% beim Gegner 100%, ja, so ist es halt, ich zeige ihn nachher dann noch kurz her. So, Held Nummer 2, ebenfalls in die Jahre gekommen, den wir uns ansehen, ist Grasul. Grasul ist von der Klasse Kleriker, das heißt, wir haben die Chance, negativen Mana-Effekten und Effekten, die die Nutzung von Spezialfähigkeiten verhindern, zu widerstehen. Sie kam 2019 ins Spiel, das heißt, auch jetzt schon fünf Jahre her zum Zeitpunkt des Videos, Ihr seht, meine ist noch nicht fertig gewappnet, ich habe auch Brick 1. Der Familienbonus, falls ihr mehrere verwendet, gibt es bereits ab einen Helden, ist plus 10% Angriff, hilft ihr jetzt nicht sonderlich viel, weil sie ja quasi keinen direkten Schaden macht, ein bisschen halt für die Steine, aber das war es dann schon. Als Passiv, dass wir Heilungsverschlechterungen widerstehen, das ist ganz gut. Sie war, wie sie ins Spiel gekommen ist, war sie durchaus brauchbar, dass man sie auch als Tank aufgestellt hat. Für heutige Zeiten natürlich ist sie davon in Werten um einiges zurück. Im Laufe der Zeit, sie ist sehr schnell, das bedeutete damals bei den älteren Helden sehr schnell, das, was sie können, ist meistens nicht sonderlich stark. Bei einigen neuen Helden hat sich das geändert, wenn die sehr schnell waren, können die trotzdem wie Kanone reinknallen oder heilen oder was auch immer. Damals war es halt so, sehr schnell hieß, ah cool, du kommst zwar sehr schnell dran, aber dafür magst du halt, was immer du auch tust, nicht sonderlich stark. Sie hält jetzt alle Verbündeten um 22%, das ist nicht sehr viel. Wurde im Laufe der Zeit schon ein bisschen gepusht, es war vorher noch weniger. Was sie auch für heutige Zeiten so wertvoll macht und warum ich sie so gerne mitnehme noch, ist die zweite Fähigkeit, die wir hier lesen. Alle Verbündeten sind für zwei Züge immun gegen neue negative Statusänderungen. Zwei Züge ist nicht lange, das erfordert also bei ihr ein gewisses Timing, wenn man sie einsetzt. Was meine ich damit? Zwei Runden lang, nachdem sie aktiviert wurde, können Gegner, wo es ja heute wirklich krasse Werte teilweise gibt, kein Gift auf euren Helden anbringen, keinen Wahnsinn. Also Wahnsinn, habe ich noch nie ausprobiert, gehe ich aber mal davon aus, dürfte ein Effekt wie der anderer sein. Kein Gift, keinen Feuerschaden über Runden. Alf Rieke kann euch nicht dazu bringen, dass ihr euren eigenen Helden angreift oder Kullervo, glaube ich, hieß der Skandinavier. Alles das blockiert sie, dass es an euren Helden nicht angebracht wird. Die Skorpion-Lady, die, glaube ich, über 1000 oder keine Ahnung, 1200 Giftschaden macht oder so, das wird geblockt. Das kriegt ihr einfach nicht ab, wenn sie aktiv ist. Warum das Timing so wichtig ist. Die zwei Züge sind kurz, das heißt, ihr müsst relativ gefühlt abschätzen können, wann kommt welcher für euch in diesem Fall gefährliche Held zum Einsatz. Und ihr dürft nicht vergessen, wenn er schon im Einsatz war, das heißt, ihr habt das Gift oder das Feuer oder was auch immer schon abbekommen, sie reinigt es nicht. Sie verhindert dann nur für zwei Züge, dass ihr es neuerlich oder überhaupt das erste Mal abbekommt. Entfernen, wenn ihr es schon habt, tut sie nicht. Trotzdem für heutige Zeit auch das Ganze verwelken und ich weiß nicht, wie das Ganze, die Verteidigung, Senkung und, und, und. Das alles kann sich für zwei Runden blockieren. Und wir versuchen uns das jetzt einmal in einem Kampf anzusehen. Ich habe mir da mal einen Gegner rausgesucht. Ich kann nicht sagen, wie gut es funktioniert. Aber einerseits hätte Melendor die Aufgabe, dass er die Gegner reinigt. Ich glaube, das ist ja bekannt, aber ich zeige es trotzdem her, wenn es uns gelingt. Und andererseits versuchen wir, dass wir Grasul so zum Einsatz bekommen, dass sie das blockiert. Von einem Gegner-Team. Ich habe da eines ausgesucht, wo die Gegner einiges, einige so Sachen in die Richtung machen. Und zwar hätten wir hier Mariana beim Gegner. Die Feuerschaden auf uns. In dieser Version glaube ich nicht. Genau. Sie würde nur die Verteidigung gegen Feuer senken. Das sollte Grasul blocken können. Sie hier würde, wenn sie uns trifft, dem Ziel und nahen Gegner 2,25% Schaden pro erhaltenen negativer Statusänderung für vier Züge aufbrummen. Sollte auch geblockt werden, denke ich. Ich hatte die noch nie als Gegner, glaube ich. Dann sie würde hier einen Gegenschlag machen. Sollte Melendor entfernen können. Sie hier macht gleich einiges. Zum Beispiel minus 40 Genauigkeit, minus 34 Verteidigung. Alles für sechs Züge. Also ziemlich mühsam. Heißt Grasul sollte zumindest Lusindra und Mariana blocken können. Also nur diese Fähigkeiten, ja nicht den Schaden. Und Melendor sollte das Reinigen hier von der Asmier, den Gegenschlag von der Asmier entfernen können. Ja, dazu müsste man natürlich mit dem richtigen Team reingehen. Das hier war es jetzt nicht. Das war das, was ich schon eingestellt hatte. Sorry. Ich hasse das, dass man das jedes Mal wieder neu richten muss. Und ja, damit haben wir jetzt natürlich den nächsten Gegner. Aber das würde auch passen. Wir haben hier einen Baum, der uns minus Angriff gegen würde. Minus Verteidigung. Hier haben wir wieder eine Asmier, die Gegenschlag machen würde. Wir haben die Luria, die uns verlangsamen würde. Gucken wir es uns an. Minus Mana Regeneration. Also die Mana Regeneration verlangsamen würde. Wir testen es einfach aus. Die Bomben von Barclay, das könnte ich mir vorstellen, würde es auch abfangen. Wir testen. So, wir haben Grasul einsatzbereit. Und wir sehen, Telluria käme bald dran. Und bei Telluria käme jetzt neben den Schaden, dass sie auch natürlich die Gegner alle regenerieren. Und dass wir minus 24 Mana Regeneration für zwei Züge bekommen würden. Und das sollte von Grasul geblockt werden. Wir haben vier blaue Steine darunter. Das heißt, wenn wir die hochspülen, würde Telluria auslösen. Wir zünden mal Grasul. Vom Heilen her habt ihr gerade gesehen. So. Und ihr habt schon die Widerstehensachen gelesen. Das heißt, wir haben nichts von der Mana Verlangsamung abbekommen. Ist für Grasul, für heutige Zeit, natürlich von den Werten nicht mehr zeitgemäß. Aber natürlich sehr nützlich, wenn sie die Sachen abhalten kann von uns und wenn sie ihren Einsatz erlebt. Jetzt ist sie abgelaufen schon. Jetzt sollten wir die Sachen abkriegen. Hier, Dorn, minus 24 Prozent Mana Regeneration. Ion, das gleiche. Ihr seht es am Symbol. Und, ja, Mehlentor, den Guten, haben wir noch immer nicht in Einsatz bekommen. Und ich habe eigentlich nichts wirklich brauchbares Grünes da. Aber zur Not starten wir dann einfach ein zweites Mal. Das ist ja jetzt nicht so tragisch. Und hier hinten käme jetzt vom Barclay 300 Schaden am Ziel und zwei zufälligen Gegner und einen Geschossfeind. Ich glaube, Feinde kann Grasul nicht blocken. Bin ich mir relativ sicher, aber wir probieren es einfach aus. Schauen wir mal. Ich denke mal, Grasul wird Dorn überleben. Ja, natürlich. Achso, ja, Dorn, Cloud, Mana hatte ich vergessen in dieser Version vom Rüsteln. So, jetzt gucken wir mal, kriegen wir die Feinde ab. Ja, Feinde kriegen wir ab, wie ihr gesehen habt. Wir spielen jetzt hier absichtlich in Asmir rein. Haben jetzt dort die Gegenschläge. Das heißt, wenn wir da jetzt draufhauen, kriegen wir Konter mit 100% des erhaltenen Schadens. Entfernen wir mit Mehlentor. Konter ist weg. Wir versuchen uns Grasul wieder zu holen, wenn der Baum einsatzbereit ist. Und ich glaube, den kriegen wir jetzt auch in Einsatz. Und der Baum macht ja richtig lästige Sachen. Minus Angriff, Minus Verteidigung, Minus Mana Regeneration. Ist Grasul bereit? Sollte das kein Problem sein. Außer wir haben sie jetzt zu früh gezündet. Leider ja, weil der Baum steht so blöd da hinten, dass wir den nicht erreichen. Das heißt, ich habe keine Steine mehr, die ich in ihn reinspielen kann. Aber Grasul ist wieder bereit und jetzt ist er geladen. Und wir lassen den Baum auch auslösen. So, den Schaden haben wir bekommen. Und sonst habt ihr überall schon das Widerstehen gelesen. Das heißt, wir haben die Minus Verteidigung, die Minus Angriff, die Minus Mana Regeneration. Wir haben das alles nicht abbekommen. Für zwei Züge sind wir auch sicher davor. So, Asmi erzündet wieder ihren Gegenschlag. Wir reinigen das mit Melendor. Und dann schlagen wir zu. Und jetzt spielen wir es einfach heim. Weil ich glaube, gesehen habt ihr ja, um was es geht. Also, mein Fazit. Grasul super hält für heute noch. Trotz der Werte, die natürlich nicht mehr mithalten können. Viel Timing nötig. Kein Titanen hält. Aber für die Kampfeinsätze super geeignet. Melendor meiner Meinung nach besonders als Thun. Wirklich sehr brauchbar, wenn ihr gegen Gegner spielt, die so entweder pausenlos Verteidigungsschild drauf haben, Gegenschlag, was weiß ich auch immer. Welche Buffs, auch sonst was, die ihr entfernen solltet. Melendor mittelschneller Heiler. Nur 4 Stern. Aber als Thun halbwegs robust. Durchaus nützbar. Aber ebenfalls kein Titanen hält. Gut. Das war es soweit für diesmal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Hases kleiner Heldenkunde wieder. Tschüss und gute Boards.